Ahoi ihr Lieben! Seit Beginn der Corona-Pandemie fanden keine Katalog-Kreuzfahrten mehr statt, sondern nur spezielle neu aufgelegte Reisen, meist nur in einem Land. Ende Juli startet jetzt AIDA Stella neu und es wird das erste Schiff auf dem deutschen Markt, das wieder die ursprünglich geplanten Reisen anbietet. Das und mehr gibt's jetzt! Seit mehr als 10 Monaten finden ja schon wieder Kreuzfahrten der deutschen Reedereien statt. Was alle Reisen allerdings bisher gemeinsam hatten, es waren neu aufgelegte Reisen mit neu geplanten Routen. Und zwar nur innerhalb eines Landes. So gab es die beliebten Kanaren-Kreuzfahrten beispielsweise nur ohne einen Stopp auf Madeira in Portugal. Nun entspannt sich die Corona-Lage in Europa ja zunehmend und damit erlauben die Länder auch den Reedereien immer mehr. Am 29. Juli möchte nun AIDA Cruises wieder mit der AIDA Stella starten. Und dieses Mal sind es eben keine neu aufgelegten Reisen, sondern es sind die Mittelmeerkreuzfahrten, die seit langem buchbar sind. 10 oder 11 Tage lang dauern diese Reisen mit Anläufen in Spanien, Italien, Portugal und Malta und aktuell gibt's Termine bis Ende Oktober. Es dürfte davon auszugehen sein, dass dieser Neustart mit den Häfen und Ländern abgestimmt ist. Damit wären Ende Juli Stand heute wieder 5 der 14 Schiffe der AIDA-Flotte im Einsatz. AIDA hatte eigentlich auch noch den Start für Juli ab Hamburg angekündigt. Das wäre dann theoretisch ein sechstes Schiff. Und Stand heute ist AIDAs Plan für Hamburg auch noch aktuell. Um welches Schiff es sich allerdings handelt, dazu gibt's noch keine Informationen. Die Schiffe fahren übrigens weiterhin mit maximal 60% der Passagiere und speziellen Hygienemaßnahmen. Wann wieder Ausflüge auf eigene Faust auf AIDA-Kreuzfahrten möglich sind, das ist noch unklar. Und wir bleiben bei AIDA und guten Nachrichten. Die Reederei war ja im Mai mit neu aufgelegten sogenannten Ahoi-Reisen ab Deutschland gestartet. Zunächst waren bei diesen Reisen allerdings keine Anläufe in Häfen vorgesehen. Nachdem MSC schon Reisen ab Kiel mit Hafenanläufen angekündigt hatte, war allerdings schon abzusehen, dass durchaus etwas möglich ist an Hafenanläufen im Ostseeraum. Und nun hat AIDA angekündigt, ab dem 16. Juni ist es soweit auf den Reisen mit AIDA-Sol und ab Juli auch auf den Reisen mit AIDA-PRIMA. Es werden wieder Häfen angelaufen. Bisher sind es ausschließlich Häfen in Schweden, und zwar Stockholm, Göteborg und Visby. Aber AIDA hat angekündigt, gegebenenfalls auch noch Häfen aus anderen Ländern anzulaufen, wenn denn mehr Häfen im Ostseeraum wieder öffnen für Kreuzfahrtschiffe. Enttäuschung bei vielen Kunden von TUI Cruises. Eigentlich sollte die Mein Schiff 6 morgen zum ersten Mal wieder in Hamburg starten, zu kurz reisen. Aber daraus wird nun nichts. Die Reederei hat die Abfahrten mit der Mein Schiff 6 kurzerhand nach Kiel verlegt. Offiziell begründet wird der Schritt damit, dass durch die Öffnung von Häfen in der Ostsee die Abfahrt ab Kiel interessantere Perspektiven biete. Denn geöffnete Häfen, die gut ab Hamburg zu erreichen sind, die fehlen zurzeit noch. Für die Gäste von TUI Cruises bedeutet die Abfahrt ab Kiel aber auch geringere Kosten für die Corona-Tests. Bei einer Abfahrt ab Hamburg wäre ein vergleichsweise teurer PCR-Test nötig gewesen. Und seit einigen Wochen ist der Test bei TUI Cruises ja nicht mehr im Reisepreis inkludiert. Bei einer Abfahrt ab Kiel sind nur kostenlose Antigentests nötig. Für den Hamburger Hafen ist es sicherlich jetzt ein Wettbewerbsnachteil, dass ein PCR-Test für Kreuzfahrten erforderlich ist. Der Hamburger Senat mit dem Bürgermeister, dem studierten Laborarzt Peter Tschentscher, hat sich für den teuren, aber genaueren PCR-Test entschieden. In Schleswig-Holstein ist, wie in den Hotels dort, eben nur ein Antigentest nötig. AIDA Cruises hält dagegen bei den Deutschland-Abfahrten am PCR-Test fest. Auch bei den Abfahrten ab Kiel. Für den Gast bedeutet das aber keine direkten Zusatzkosten, da der PCR-Test nach wie vor im Reisepreis enthalten ist. Neu ist aber, wann der Test stattfindet. Bei den Abfahrten ab Deutschland wird nun immer im Kreuzfahrtterminal ein PCR-Schnelltest gemacht. Der PCR-Schnelltest ist ein Verfahren, das bisher noch nicht zur Verfügung stand. Etwa 90 Minuten dauert es, bis das Ergebnis vorliegt. Die Gäste müssen in der Zeit aber nicht im Terminal warten, sondern sie können entspannt auf ihrer Kabine auf das Testergebnis warten. Erst dann dürfen sie die öffentlichen Bereiche des Schiffs aufsuchen. Also am besten geht man jetzt nicht unbedingt hungrig an Bord. Das Robert-Koch-Institut hat Österreich und die Schweiz von der Liste der Risikoländer gestrichen. Das hat auch Folgen für die Kreuzfahrtbranche. Ab sofort dürfen Österreicher und Schweizer auch wieder an Bord der Main-Schiffflotte gehen. Das war in den vergangenen Wochen nicht möglich gewesen, solange eben beide Länder als Risikogebiete angesehen wurden. Allerdings ist das im Wesentlichen bei TUI Cruises so gewesen. Bei AIDA und MSC beispielsweise war eine Mitreise auch für Österreicher und Schweizer die ganze Zeit möglich. Nun gibt es auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt ja mehr als die zwei großen Anbieter. Und da ist natürlich ganz vorn noch Phoenix-Reisen zu nennen. Vier Schiffe gehören zur Phoenix-Flotte und zumindest mit der Atania soll es jetzt schnell wieder losgehen. Start soll am 10. Juli in Bremerhaven sein mit maximal 700 statt sonst etwa 1200 Gästen. Noch sieht die Route Anläufe in Norwegen mit Landgängen vor, die Stand heute allerdings noch nicht bestätigt wurden. Phoenix-Reisen behält es sich daher vor, die Route zu ändern oder notfalls eine blaue Reise ohne Hafenanläufe zu fahren. In der nächsten Woche startet nun einige Tage später als gedacht die Kreuzfahrtsaison hier in Hamburg. Am 15. Juni wird die Hanseatic Nature von Hapag-Lloyd Cruises wieder in Dienst gehen und zwar mit einer Reise in norwegische Fjorde. Allerdings wird es keine Landgänge geben. Es konnte offenbar mit Norwegen eine Einigung erzielt werden, dass aber zumindest Panoramafahrten mit dem kleinen Expeditionsschiff dann wieder möglich sind. An Bord eines Kreuzfahrtschiffs im größeren Rahmen Fußballspiele aus dem Fernsehen zu zeigen, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Der Fußball-Weltverband FIFA hatte TUI Cruises verklagt. Unter anderem hatte die Rederei die von ARD und ZDF übertragenen Spiele der Fußball-WM 2018 gezeigt, allerdings ohne eine separate Lizenz von der FIFA oder einem Partner zu erwerben. Die Auseinandersetzung von TUI Cruises und der FIFA endete nun in dieser Woche vor dem Hamburger Landgericht mit einem Vergleich. TUI Cruises verpflichtete sich außerdem künftig, entsprechende Lizenzen für die Vorführung der Fußballspiele an Bord zu erwerben. Ja, viele spannende Nachrichten waren das von unseren deutschen Anbietern in dieser Woche. Von daher nur ein ganz kurzer allgemeiner Blick noch in die USA. Hier sind die Anbieter ja noch nicht wieder gestartet, aber es werden mehr und mehr Redereien, die dort einen Neustart für diesen Sommer ankündigen. Das ist für die Kreuzfahrtbranche natürlich erfreulich. Wir Deutschen haben da jetzt konkret noch nicht so viel davon, denn wann überhaupt eine Einreise in die USA für deutsche Touristen wieder möglich ist, das ist Stand heute noch unklar. Und das war es auch schon wieder, das Kreuzfahrt-Update. Und ich bin nächste Woche unterwegs. Ich bin ab Samstag mit Viva Cruises auf dem Duro in Portugal mit der neuen Andorinha. Ja, von daher macht das Kreuzfahrt-Update nach 17 Ausgaben vermutlich Pause in der nächsten Woche. Wenn ihr euch aber auf eine neue Ausgabe dann in zwei Wochen freut, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ja, und bis dahin tut mir bitte wie immer einen Gefallen. Denkt bitte daran. Es ist wichtig, dass wir die Momente, die wir vermissen, nicht vergessen. Denn was jetzt nicht möglich ist, wird wieder möglich sein.